Ihr kennt Hannibal Lecter und Jason und Jigsaw. Norman Bates, Michael Myers, Ghostface, den Wichser. Doch erinnert ihr euch auch noch an das allergrößte Arschloch? Jack Frost, der Serienkiller, war sehr böse und gemein. Tötete viele Menschen, charakterlich ein dummes Schwein. Doch dann kam Sheriff Tyler, verhaftet ihn und kurz darauf Sucht er in Chemikalien und so nimmt alles seinen Lauf. Denn ein Schneemann wird aus ihm, stellt euch das mal vor. Nicht so echt aus Schnee und Eis, sondern mehr aus Styropor. So kann er weiter morden, doch Sheriff Tyler zeigt viel Mut. Kilt ihn mit Forstschutzmittel. Endlich ist die Dreck, endlich ist die Drecksau tot. Es gibt kein Schnee auf Hawaii, drum fahren wir hin. Denn auch ein Schneemann auf Hawaii macht keinen Sinn. Es gibt kein Schnee auf Hawaii, es ist zu heiß. Doch diese Fake News interessieren den Jack nen Scheiß. So ein Schläfatz, der ist lustig, so ein Schläfatz, der ist schön. Denn hier sieht man schlechte Filme, doch man muss sie nicht verstehen. Hollaie, hollao, darum lasst uns einen heben Kopf ins Klo. Der Jack Frost, der ist der Böse, bitte fragt uns nicht warum. Er ist halt ein Serienkiller und da bringt man Leute um. Hollaie, hollao, viele Menschen zu ermorden macht ihn froh. Scherif Tyler hat sein Trauma, er hat Angst vor Schnee und Eis. Ja, dann geh doch jetzt nach Hause und erspar uns diesen Scheiß. Hollaie, hollao, wäre der Schwachsinn schon vorüber, wären wir froh. Ausgerechnet Bananen, Bananen, die töten den Jack. Nicht Frostschutz, nicht Google, man muss auch nichts googeln. Bananen erfüllen den Zweck. Jetzt ist er endlich zerflossen. Wir haben sein Ende genossen. Doch ausgerechnet Bananen. Bananen, die töten den Jack. Bananen, die töten den Jack. Nee, nee, bitte, 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 keinen dritten Teil von dem Scheiß. Das halte ich echt nicht aus, Hollaie. Ich will jetzt auch nicht mehr. Ich will raus aus dem Stall hier und draußen mit meiner neuen Familie Weihnachten feiern. Oh, die ist ja doch fast voll, ne? Ja. Wie heißen die denn diesmal, hm? Willst du wissen? Mhm. Na ja, sieht man doch. Guck mal hier, das ist Jason. Mary Ellen, ja? Warte, das ist Benjamin. Aaron, Jimbob und Elisabeth. Und den weißt du, ne? Das ist natürlich John Boy. Okay, wir wünschen Ihnen von dieser Stelle aus jetzt friedliche Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und sagen Ihnen zum Abschied Merry Christmas, frohe Weihnachten und gute Nacht, John Boy. Ja. Ähm. Äh. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Jahr. Wir, äh. Was war das denn? Oh mein Gott! Es gibt den wirklich! Jack Ziller! Ja. 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 Ja.